Ohhhhh But if you had a choice to save one love Would you ever lose your way? Hallo Leute, we're trying Ja, ich muss instant muten Cool So wird's gemacht Jungs Können uns bewegen ne? ich habe immer noch so viele kills wenn die richtig über motiviert 2 4 3 glaube ich das hat mir gereicht gemacht habe und was ich machen will ich habe einen schaff hier gemacht mein gott entmütig und so ist gut wenn jetzt stirbt es wäre so lustig ne hier sind 5000 mobs ich schwöre ich schwöre ich schwöre mein gott nein aber hier sind nee das geht das ist nicht normal ja das ist das ist zehnmal so schlimm wie beim fight wo wirst du am nether portal hat gedeckt gerade ich bin am nether portal hier ist kein einziger mob ja sind wir nur 2000 guck das hier mal ja geh hier raus geh einfach raus wo es im nether hier ist es ja wo ist das portal im nether ich weiß nicht mehr weiß ich jetzt auch gar nicht weil ich wieder rausgegangen bin oh mein gott digga das ist doch nicht mehr normal das ist ja auch nicht normal die haben irgendwas wie den scheiß server haben sie falsch eingestellt ja was soll man denn jetzt in dieser kack folge machen das neue zuckerrohr wieder looten ich hab das generell mal die position vielleicht wechseln weil ich glaube die folge kommt heute und wo man sieht wo das ist ja du weißt was hier los wo ist noch mal in welche richtung südosten aber man kann in der paren fahren ja mach mal ne jungs geht raus aus dem scheiß dieses rüstungs trenne als ich glaube gerade die großen junge ohne spaß das haben die hier falsch gemacht in ihrem leben er ist nicht das ist nicht normal warte sind also muss jetzt die koordinaten finden das waren ja an der feste ja ja eh wohl hier war es oh gott oder 170 minus 80 lediger man kann nichts machen in der kack folge hier hast du es nein oder so an sich minus es ist doch nicht normal der er steht im wort und hat sich minus 90 oder so ich habe hier in der perle ich habe 45 level was ich denke schon der ja gerade so durch genudelt ja ich auch warte ich muss kurz ich muss kurz ich glaube dass bei der mob hier überflüssig ich muss irgendwie auf discord gucken aber ich kann nicht bau dich ein oder so alter guck mal ja ich sehe es guck mal wie viel skelett da hinten sind da vorne durch und guckt jetzt mal da vorne wie viel skelett auch mann ich brauche mich auch so ich mache hier mein dia schwert kaputt ohne sport warte 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 oder 60 minus 90 war es ich bin normal vor allem ist es auf normal gestellt glaube ich ja jetzt am besten nicht runter bauen bei dir sind gerade so viele mops das wecken was sollen wir denn in der folge machen ich gehen ja gar nicht was soll man denn hier tun alter jetzt bin ich auch noch vergiftet digga danke blali junger ist es doch nicht mehr normal ich baue ein haus kreaks bist du in der farm nein komm noch nicht hin warte ich geh da jetzt schnell hin ok jetzt regnet es auch noch ich bin auch vergiftet warum sind wir überhaupt vergiftet an mobs an zombies oder hier habs wie wird sogar war es ja ist ja immer noch genau 18 kriege ich baue alles jetzt ab naja ich bleibe hier unten drin lohnt nicht hoch zu gehen so so ich bin wieder ich bin an der stelle wo gar keine mops jetzt sind hier ist gar nichts an ob es wenn du genau auf die andere seite vom sporten gästige hier ist kein einer mob hier ist nichts kein einziger vielleicht sollte ich mal turax mit links hier rüber fliegen und überall ausleuchten oder so oh mein gott wenn ich bin hier ist kein einziger mob ja bei mir sind 2000 ja ich kann euch ein stelle zeigen wo keine mobs mehr sind ja ich muss dann jetzt noch tt ja egal schaust drauf legt dann zu beraten die chest wenn es geht noch oder so ja holt sie ab wo man hat ich will dass ich woher ich bin ich bin trauen ich bin wenn ich habe einen fünf jungen dann hast du doch mal an du hast in der jetzt muss ich mich nur noch irgendwie zur teamkiste bauen weil ich habe kein leder ich habe leder ich gehe dann jetzt da liegt ein schwert das ist aber alles was dann zu beworben gelb muss ein bisschen ja okay wie viel soll ich ja egal was das sechs stück über okay bis gleich ich glaube ich glaube ich glaube es wird tag ja es wird es wird tag glaube ich ja wir müssen erst mal dahin kommen wo auch junge du machst es so als wäre wie ja ich bin ja nicht läufig hätte ich werde nicht komplett russi train okay ich habe beide jetzt auch power 4 ich habe sieben bücher da können wir noch mal drei teilen ja da junge ich werde hier so in der nähe sterbe liga ohne spaßsinger ist es nicht mehr nun wir sollen wir müssten zurück auf jeden fall anschreiben das regnete ok hier sind nirgends mops hier ist alles kein das selten back also lol ich habe eine thorns chestplate aus chain aus chain so stark einen mob bekommen ich habe zwei kartoffeln was heute doch nur eine folge machen 20 minuten zu lang ja dann gibt mal schon mal bücher und ja ich habe mensch hatte ich habe schon zehn level von den ganzen mobs ich habe kein lapis gott 500 april zieht der gast aber keine ahnung wie man das immer gesagt hat ich habe nichts mehr schaden diesmal greift nicht die zombie pigments an die brauchen wir jetzt nicht auch noch rotz ins jetzt ein schab eins eisen ich habe schab fünf ich kriege auch kein port ich kriege echt kein port ich schon zweimal port habe ich das schon mal bekommen ich kriege halt null äh das ist dein endweg lass den stehen ok wieviel pearls hast du 44 wieviel pearls hast du ich habe es hier naja können wir später irgendwann mal aufteilen also das ist bisschen hart es wäre nicht mal peinlich an mobs zu sterben ich habe eben vier herzen jetzt ohne witz ja ich wurde von creeper zu creeper gesprengt ja das ist aber auf jeden fall nichts in der sache glaube ich dass man mit full die anderen mobs stirbt ich weiß jetzt nicht was sie sich dabei gedacht haben und irgendwie ultra viel mobs eingestellt haben es ist eigentlich erst der für külte normal und selbst bei harzborn nicht so viele mobs ja klar das ist ja unmöglich du kannst ja so gut werden es gut sein minecraft wie du willst du willst du willst ja trotzdem immer wieder damit schriegen oh endlich ruhe oh golem ist drauf loll wann ist der denn gejoint hä ist ja wann ist golem drauf ich sehe es nicht mal im chat ich auch nicht es war ja bei conchu genauso digga was machen wir wenn er kreak sieht stimmt kreak ist nach drauf ja kreak hat kreak sich eingebündelt ich weiß nicht mehr ob das nicht ich glaube aber das nicht ich hoffe mal er ist nicht soll jetzt ist tun er ist auch noch da hä von wo kommt die junge was ist das aber tun nächstes nicht im team von golem ok wo sind hier meine holzschwerter ah alle weg geil ich habe so viel pech sollen wir am spawn vorbeigucken äh jetzt habe ich port endlich ich würde mir noch gerne port 3 teilen machen ganz kurz ganz wenig quatsch gerade nur das kann weg port 4 bogen brauche ich noch nee was denn pappalapap weg damit pappalapap wir schießen nicht mit dem bogen ich schieße aber echt wenig mit dem bogen außer für bowtorns oder so hier ist einfach noch ein netter portal kommst du raus aus dem netter ich bin noch im netter portal schreibe mir nicht zurück ich hoffe die sind nicht drauf hier liegt golem ist hier hier ist ein grab also kompliziert das war aus das war aus das war schon chest drunter hä echt mit federn und ein bisschen stuff wtf ah das lapis brauche ich so hey what the fuck skr 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 hä ach ich raff gar nichts mehr in diesem game skr skr ich könnte theoretisch auf Power 5 g nirgendwann ähnliche sind auch noch zu vertrag ist zwar nicht mehr so und viele aber immer noch viele wer die 9 Uhr skr skr gibt es vielleicht ihm ist besser ja m ich glaube ich brauche die Mops gerade sowieso k ich war dunkel polo reif guckt mich an die sterben halt auch keine Mops weil es regnet nee die sind nicht drauf die sind nicht drauf steht es besser weil es oder wie nee wenn du t eingibst und dann tappt kommt nur kreaks achso ok ja bei g bei golem passiert gar nichts ok ja alter hier die sind alle richtig im swimming pool wie viel essen hast du noch ah ich habe noch genug ok ich habe 14 ja ein Steak so von allem ein bisschen boah das ist doch nicht mehr normal ich habe ein Pferd getötet oh ich bin stolz öfters ich kann einen Kartoffeln anpflanzen weißt du wir wurden gestern auch stamp halt getötet mhm von borisch und nicht mal cake weil die uns wegs vom netz durchgechased haben golem hatte zwei viertel ne was auch gut war und ich hatte auch zwei viertel jaja aber ich hatte ich hatte auch zwei viertel aber halt keine Hose ne also ich habe dia chest die dia boots eisenhelm golem hatte halt komplette Rüstung mit dia hose und dia boots die haben uns halt die ganze zeit verfolgen die waren halt beide zwei viertel mit voller Rüstung ja wir haben den sogar ziemlich gut gegeben aber dann irgendwann hatten wir keine Chance mehr dann ist golem gestorben hab ich geturnt bin so nach unten hab borisch richtig krass gegeben und dann kommt dich mal cake dann halt noch man kann halt nichts mehr machen in den folgen irgendwann müssen wir fighten halt nächste folge die wie nust du ein Stückchen Fleisch hier Alter das ist doch nicht mehr und das wird schon wieder Nacht ne der Tag ist so zwei Minuten und die Nacht da sind drei Witches irgendwie ist es eigentlich die ganze Zeit Nacht so nach dem Mops ich glaube da ist irgend so ein Bug drin dass die ganzen Mops auf der ganzen Welt die wo es auf der ganzen die ganzen Maps spawnen sollten nur auf fünf Chunks spawnen und die Witches werfen ihre Pots eigentlich so ziemlich bleib einfach weg von den Mops guck einfach das im Gubbis wo jetzt ja bleib weg von den Mops das ist lustig ja geh da hin wo ich doch wo ich gesagt habe und spawnen wo keine sind da jetzt einfach hin bin hier aber gerade noch am braten cool gut ah hier ein Buch kann ich noch weglegen easy ich brauche jetzt ein Altar ein Bot zum fighten oh der ich habe den Element angeguckt pardon so sorry Bro ah das Cape ist nicht gut finde ich Deutschland hast du das gerade drin oder was? ja ja Musik halt oh Alter Boah oh Gott scheiß Creeper Junge oh hier ist noch ein Enderman yeah komm her du Drecksviech geh doch jetzt einfach langsam mal weg von den Mops ja ich will nur die Enderman die picke ich mir raus oh das waren Lillipids ja hier sind halt null Mops so ein Creeper okay aber effizienter als jede Mobfarm join sie nun dem Turo Trio ich mach ein Tutorial ich will dir vorstellen du kommst in meine Burg bei 97,85 da kannst du denn das ist die Anti-Mob-Burg 97 und was? 97 und 86 ähm 86 minus 97 oder plus? nein 97 ok 97 wie lange haben wir noch? auch noch lang genug äh noch 4 Minuten oder ne ne lang genug aber du musst sie noch sehen die Folge minus 97 und 80 hier ist ne Kiste hey wie habt ihr immer nach unserer Zeit nachgeguckt ähm äh komm jetzt her Jäger ja ich bin ja dabei chill brauchst du noch lang? brauchst du noch lang? äh ja hm alter ohne Witz das waren vielleicht da ich seh die Burg ich seh die Burg das war vielleicht 80 Blöcke von der Ding weg dann renn auch noch hin los ich hab noch 10 Sekunden ja ich muss hier ein Enderman töten nein musst du nicht natürlich oh man Junge jetzt bin ich weg bis du da bist ich hab 6 Pearls gut das war's mit der Folge das war's mit der Folge das war's mit der Folge Bis zum nächsten Mal.